Ihr werdet das Gefühl haben, ich bin super tief, super lang unter Wasser. Nein, völliger Blödsinn. Ihr könnt eine Minute lang Luft anhalten, ihr könnt Streckentauchen ohne Ende. Problem ist nur leider, der Kopf sagt, da ist es finster, da ist es kalt. Irgendwann haben wir eine Sprungschicht, dann wird es noch geholter, dann wird es noch mehr. Die Sprungschicht ist so bei 8 Metern. Ja, also das ist nur da oben der einen Stress macht. Der Körper schafft das 20 Mal ohne Probleme, weil ihr könnt alle mehrere Minuten Luft anhalten. Weitere ist ein Eiwelle. So. Und das ist nur da oben.